Kapitel 20 Jobsuche 2 Zwei Dialoge Dialog 1 Hallo Paul, komm rein. Tag Eva, sitzt du schon wieder am Computer? Ja, morgen muss ich meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Ich schreibe gerade meinen Lebenslauf. Warst du beim Arbeitsamt? Nein, ich habe im Internet eine interessante Anzeige gefunden, habe angerufen und soll sofort meine Bewerbungsunterlagen schicken, weil nächste Woche schon Gespräche sind. Dialog 2 Kruse? Olschowski, guten Tag. Herr Kruse, ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gelesen und bin an der Arbeit als Nachtportier interessiert. Ja, die Stelle ist noch frei. Wir brauchen für drei Monate eine Aushilfe. Haben Sie schon einmal in dem Bereich gearbeitet? Nein, aber ich habe schon häufig Nachtschicht gemacht und an der Rezeption im Krankenhaus ausgeholfen. Das hört sich gut an. Können Sie morgen gegen 18 Uhr vorbeikommen? Ja, die Stelle ist noch nicht besetzt. Wie viel verdient man pro Stunde? Sie bekommen 10 Euro die Stunde. Wie ist die Arbeitszeit? Wir haben Gleitzeit. Sie können zwischen sieben und neun Uhr anfangen. Muss ich am Wochenende arbeiten? Nein, am Wochenende arbeiten wir nicht. Wie viel Urlaub habe ich? Sie haben 30 Tage Urlaub und Überstunden können Sie mit Freizeit ausgleichen. Wann kann ich anfangen? Sie können am Montag anfangen. 10. Aussprache Rhythmus A Beruf und Wunsch Berufswunsch Einen Berufswunsch haben Gehalt und Erhöhung Gehaltserhöhung Eine Gehaltserhöhung fordern B Aushilfe und Arbeit Aushilfsarbeit Eine Aushilfsarbeit machen Bewerbung und Unterlagen Bewerbungsunterlagen Die Bewerbungsunterlagen abschicken 11. Ein Bewerbungsgespräch Spedition Höne, guten Tag Guten Tag, mein Name ist Pasch Ich rufe wegen der Anzeige an Moment, ich verbinde Sie Buchhaltung Krämer, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Pasch Ich rufe wegen der Anzeige an Da sind Sie bei mir falsch Ich verbinde Sie mit dem Personalbüro Danke Scholz Guten Tag, mein Name ist Pasch Ich rufe wegen der Anzeige an Was kann ich für Sie tun, Herr Pasch? Brauche ich für die Stelle einen Führerschein? Nein, Herr Pasch, wir suchen einen Beifahrer Das heißt, Sie helfen beim Transport und Aufbau Sie brauchen keinen Führerschein Was meinen Sie genau mit handwerklicher Ausbildung? Haben Sie eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf? Also Schreiner oder in einem anderen holzverarbeitenden Beruf? Nein, eigentlich habe ich keinen Abschluss Ich habe aber ein paar Jahre als Verkäufer in einem Baumarkt gearbeitet Was haben Sie da genau gemacht, Herr Pasch? Ich war Fachverkäufer in der Möbelabteilung Kleinmöbel zum selber zusammenbauen Das ist doch prima, dann sind Sie ja vom Fach Ist denn die Stelle noch frei? Also, kann ich mich noch bewerben? Natürlich Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen direkt an mich und schreiben Sie auf jeden Fall über Ihre Arbeit im Baumarkt Entschuldigung, eine Frage habe ich noch Was heißt Festanstellung? Nach einer dreimonatigen Probezeit bekommen Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag der den tariflichen Konditionen entspricht Ah, dann vielen Dank, Herr Scholz Aufstiegsmöglichkeiten Auch Aufstiegsmöglichkeiten Gibt es auch Aufstiegsmöglichkeiten? Gehaltserhöhung Die Gehaltserhöhung Wann bekomme ich die Gehaltserhöhung? Arbeitsplatz Sicheren Arbeitsplatz Ich suche einen sicheren Arbeitsplatz Ich suche einen Augenblick Aufstiegsmöglichkeiten Dann sehen Sie das Nach각 Nachbarn 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 Nachbarn